Moin, 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 meine Lieben. Hallo, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest oder habt es jetzt gerade, je nachdem, wie ich die Upload schaffe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In einem Tag gibt es den Angriff auf uns und ich bin schon ein bisschen hibbelig, bin ehrlich, weil es wird sich zeigen, ob wir einen massiven Angriff von einer eventuell auch mal anderen Seite erwarten müssen oder nicht. Das wird sich halt irgendwie hier zeigen. Wieder vom Westen, okay. Vielleicht wieder von hier, mal gucken. So, es gab wieder Geld. Wohngebäude sind, ja, besetzt. Und wir können jetzt... Ja, wir hatten hier schon zwei Türme, ne? Ich weiß nicht, von wo die Typen kommen. Wir achten mal drauf. Ach, du. Große Neuner. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du schluss. Ach, du schluss. Du grosshin mennend. Nice target. Let's go. Our forces are in danger. Understood. Der Der Tod! Ah! Ah! Die Fischung ist sie in die Kolonie. Wie ein Böbe mit seinem Drei. Sie schieren die Kolonien beschädigen. Wie geht's? Los Schöne! Bullseye. Oh Alter, ich bin gerade, ich bin gerade baff Alter Schwede Es frisst sich durch den Süden der Kolonie Ich weiß gerade nicht, damit umzugehen Das war ja unglaublich, was hier auf und zu lief Wie sollen wir den Damen klarkommen? Das ist ja schrecklich Die sind so über die ganzen Scheiß Mauern gesprungen Wir müssen alles reparieren, unbedingt Und zwar so schnell, wie wir können Und wir haben echt viele Veteranen gerade verloren Also damit habe ich nicht gerechnet Das ist ja krass Oh mein Gott, ist das krass gewesen Oh, wir reparieren jetzt gerade Und in 85 Tagen gibt es wieder Ja, wir können jetzt erstmal nur reparieren Ich habe ja keine Chance, irgendwas zu bauen Wir haben ja gar nicht Nahrung Oder irgendwas übrig Wo repariert er gerade? Er repariert die Türme Das ist schon mal wichtig Wir lassen die ganzen MG's auch mal stehen Auch die Wer weiß, was hier kommt Okay, wir sind wieder im Plus-Bereich wieder Ja, ne? Wenigstens können wir die Häuser reparieren. Es wird Nahrung wieder geerntet. Die sind so über die ganzen Mauern gesprungen. Trotz der ganzen Stand-NGs und Türme. Weil es so viele waren. Und ich sichere mich so heftig gen Süden. Anstatt gen Westen. Was repariert er denn jetzt gerade? Hauptsächlich nach unten. Ah ja, sehr gut. Jetzt hier auch ein bisschen in die Richtung. So, dass wir die Häuser gleich reparieren können. Hoffentlich auch die Gießerei. Die ganzen Bauernhöfe sind da. Jetzt kommen auch die Steinmetze dazu. Jetzt geht es langsam. Die Reparaturen sind auch so endlos langsam. Also mit den Einheiten ruppe ich hier nichts gerade. Wir brauchen mehr und haben noch vier Tage. Wir brauchen mehr Türme. Ich würde mich wieder so gerne Westen sichern. Weil ich glaube, der nächste Angriff wird wieder von dort kommen. Bis der letzte. Also ich glaube, alle Angriffe kommen vom Westen. Aha, jetzt sind wir gut aufgestellt langsam. Das Problem sind Steine und Eisen. Die train hat sich dann aufgestellt. Die train hat auf den Station. ein vollstrecker muss repariert werden das ist dieser hier und die reparatur würde kosten 840 korrekt alles andere ist gleich aber jetzt haben wir das geld reingekriegt fast jetzt okay alles repariert auf 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 The train has arrived at the station. Reporting for duty. 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 Attention. Building completed. Ich glaube, als nächstes kommen Mutanten. Oder die ganzen Spucker kommen als nächstes. Und das wird auch übel. Reporting for duty. Passt mal auf und jetzt mache ich hier so'n Fass auf und jetzt kommen sie von Osten. Do you need me? Do you need me? Reporting for duty. Attention. Building completed. Reporting for duty. Oh mein Gott. Ach verdammt. Da geht es wieder ein Tag um, ey. Jetzt kommt der Angriff. A swarm of infected is heading into the colony. Who do you want me? They are approaching from the north. Yeah. Na super. Da kommen die von hier. Da kommen die von hier, hier hin und hier hin. Da kommen die von hier hin. Slow, but lethal. The train was right at the station. Reporting for duty. Sorry, sir. Now let's clean my weapon. Yes, tell me what to kill. Wir kommen von überall. Who do you want me to punish? Reporting for duty. Das ist ein Spucker. Das ist ein Spucker. Och. Und wir haben kaum... Wir haben an dem Punkt kaum Entfernungs... Oh, nee. Wer glaubt, dass das der Untergang jetzt ist? Ich glaube es. Reporting for duty. Tell me. What do you want now? Perfect. Ready and waiting. Do you need me? Waiting on orders. I need to explode us, Carl. Tell me your darkest thoughts. All right. I need to explode us, Carl. Tell me your darkest thoughts. All right. Wenn du hoffst, dass wir schnell gesucht haben, musst du nicht so viele Schüsse von den übrig haben. Okay, zurück. Okay. I need to explode us, Carl. I need to explode us, Carl. I need to explode us, Carl. Und we'll take a blow. Oh, yeah. Shit, ey. Ich glaube, das war's, ne? Ja. Ich würde jetzt frei sagen, dass es das war. Und wir tatsächlich jetzt nach diesem ganzen... Oh, Mann, ey. Keine Truppen mehr. Die haben uns überrannt. Okay. Ja, gut, beim ersten Mal ist es mal so eine Sache, ne? Da ist das immer so eine Sache. Okay, also wisst ihr was? Ich versuch's natürlich noch mal. Ja, Quatsch, wenn nicht. Aber es kann sein, dass ich sozusagen reinspringe, wenn ich die... Ja, eigentlich schon ein paar Wellen hinter mir hab. Und dann zeig ich euch die Karte. Haut rein und tschüss. Ich bin ja. Ich bin ja, ja, ich bin ja... Untertitelung des ZDF, 2020